Was bringt uns zum Staunen? Diese Frage stellt sich ein Magier immer wieder. Für uns beginnt das Staunen dort, wo wir in eine Welt eintauchen, die unsere Vorstellung verändert. Wo unser Verstand für nur einen Moment stillstehen darf. Treten Sie ein in die Welt der Magie. Möchten Sie das nochmal sehen? Ja. Sie möchten das auch nochmal sehen, ne? Keine Chance. Was habe ich Ihnen gesagt, welchen Sie nehmen sollen? Vier. Die vier. Welchen haben Sie genommen? Die fünf. Ziehen Sie raus und halten Sie nach oben, was Sie da sehen. Meine Damen und Herren. Einen 50-Euro-Schein. Das wird die Ihrer sein können. Die Zahl vier, meine Damen und Herren. Und noch fester unterdrücken. Noch einmal ein. Und schlaf tiefer und tiefer. Gehst du in diesen angenehmen Zustand. Immer tiefer und tiefer. Eins, zwei, drei. Augen auf. Wie geht's dir? Gut. Gut? Was ist mit deiner Hand los? Versuch sie mal zu lösen, um festzustellen, dass es wirklich nicht geht. Geht einfach nicht, ne? Was ist das für ein Gefühl? Beschreib das mal. Ein bisschen bescheuert. Und ein, zwei, drei, schlaf. Tiefer und tiefer. Sehr gut, was du bist. Häu. Häu. Untertitelung des ZDF für funk, 2017